Herr Ottoschini hat sinngemäß gesagt, ich kenne diese Gruppe nicht, ich halte sie für ungefährlich. Sinngemäß. Ich selbst sammle Pilze und ich kann Ihnen sagen, alle, die sagen, ich kenne diesen Pilz nicht, ich halte ihn für ungefährlich, erzählen die Geschichte häufig nicht zweimal. Und deswegen kann ich nur sagen, ein solches Zitat, Herr Baumann, ein solches Zitat ist fahrlässig, unvernünftig, meinetwegen auch dumm, aber es ist vorsätzlich bösartig, es hier verkürzt zu zitieren, meine Damen und Herren. Und es zeigt, Sie vertuschen, dass Sie selbst ein fulminantes Sicherheitsproblem sind, meine Damen und Herren. Das Verniedlichen von Rechtsextremisten, das Verstärken und Befeuern von radikal-antidemokratischen, oft antisemitischen Narrativen, das hat bei Ihnen, das hat man beim Operettenputsch des Kollegen Curio gesehen, einfach Methode.